Musik Das Wintersemester hat an unserer Hochschule so dynamisch begonnen, wie das Sommersemester endete. Viele neue Gesichter sind zu beobachten, es wuselt und schwärmt über den Campus Wandschloss Gottesaue, aus den Räumen erklingt vielerlei Musik. Gerade noch haben wir die Semestereröffnung gemeinsam im neuen MUT-Gebäude gefeiert, die Neuankömmlinge begrüßt. Wir haben die bewegende Karlsruher Rede des Schriftstellers Peter Hertling gehört. Wir haben unsere Absolventen feierlich verabschiedet. Und schon stand das nächste Ereignis an, die große Benefizgala zugunsten unserer Hochschule. Mehr als 200 geladene Gäste erlebten ein Fest der Superlative, virtuos eröffnet von der Weltklasse-Klarinettistin Sabine Mayer und großartigen Künstlern unseres Hauses. Neben den musikalischen Sternstunden gab es an diesem Abend auch die Lukulischen zu bewundern. Sterneköche sorgten für die leiblichen Genüsse in nicht zu überbietender Weise. Harald Wohlfahrt, Lea Linster, Johann Amador, Sören Anders, Leonard Bader. Insgesamt neun kulinarische Sterne erstrahlten. Dazu Oliver Endle mit seinem phänomenalen Dessert-Buffet. Tolle Weine, Champagner, musikalische Unterhaltung, Tombola mit gespendeten Preisen im Wert von rund 30.000 Euro und, und, und. Dass dies alles perfekt gelang, verdanken wir dem außerordentlichen Engagement unserer Mitarbeiter, Studierenden und Dozenten. Ihnen allen gilt mein großer Dank. Zeigt das doch, welch guter Geist an unserem Hause herrscht. Und das ist in so unruhigen Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Die Problematik der Sparvorgaben der Landesregierung für die fünf Musikhochschulen in Baden-Württemberg hat mittlerweile bundesweit Aufmerksamkeit erregt. Vom süddeutschen Streichkonzert ist da etwa die Rede. Vom Unverständnis gegenüber dem Rotstift im Bereich Kultur und Bildung und das in einem Bundesland, das finanziell so gut dasteht wie kaum ein anderes. Zur Erinnerung, fünf Millionen Euro sollen jährlich eingespart werden. In der Landesrektorenkonferenz und in den gemeinsamen Beratungen mit dem Ministerium hatten wir deutlich nachgefragt, warum muss überhaupt im Bereich der Musikhochschulen gespart werden, wenn der Anteil der Kultur insgesamt weniger als ein Prozent des Landeshaushalts ausmacht. Wie viel ist uns, ist unserer Gesellschaft, die Kultur dennoch wert? Frau Ministerin Bauer bin ich dankbar, dass sie sehr früh schon benannt hat, trotz unvermeidlicher Sparmaßnahmen müsse Qualitätssicherung höchstes Ziel sein. Das bedeutet in der Folgerung, dass Strukturmaßnahmen, dass weitere Profilierungen unumgänglich sind. Wir sollten uns verabschieden vom Begriff der Vollhochschule, die alles anbietet und wir sollten zu einem Vollangebot für ganz Baden-Württemberg kommen. Dabei müssten Qualifizierungszentren an einzelnen Standorten eine Rolle spielen. Ich kann nur hoffen, dass hierfür Wege gefunden werden, denn die einzige Alternative dazu wäre ein unorganisches Sparen, hier eine Million, dort eine Million, das von der Öffentlichkeit nicht weiter bedacht und erkannt, Qualität unserer Ausbildung schrittweise und unwiederbringlich abbauen würde. Dies ist keine Lösung und hiergegen stehe ich ganz entschieden. Egal, wohin der Weg uns in den nächsten Monaten führen wird, wir alle können uns glücklich schätzen, dass unsere Hochschule für Musik Karlsruhe mit Campus One Schloss Gottesaue mit all den exzellenten Leistungen der vergangenen Jahre, mit dem deutlich geschärften Profil und der schlanken Verwaltung in bester Weise für die Zukunft gerüstet ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017